Aber ich habe da schon auch Spaß dran. Also es ist schon so, dass ich mich daran sehr erfreuen kann, wenn ich dann im Nachhinein sehe, da habe ich einen Assist bekommen, da habe ich einen Assist bekommen. Es geht mir nicht immer nur um die Tore, das ist auch schön für mich, aber die Assists, die weiß ich auch sehr zu schätzen und da freue ich mich auch sehr drüber. Ich habe natürlich schon Auf und Abs in meiner Karriere gehabt, auch wirklich Phasen, wo es dann mal nicht so gut lief, wo ich das Tor nicht getroffen habe. Das war jetzt das zweite Mal, wo es eigentlich so extrem war und dementsprechend ging für mich da jetzt nicht die Welt unter. Es war schon schwer und war schlimm für mich, dass das so nicht geklappt hat, aber man merkt ja dann immer wieder, es kommt schnell wieder zurück und am schnellsten kommt es zurück, wenn man nicht darüber nachdenkt und nicht so viel darüber geredet wird. Man hat ja dann auch gesehen, dass es wirklich wie so ein kleiner Knoten war, der dann geplatzt ist, weil ich von da an sehr gute Leistungen gebracht habe bzw. auch immer gescored habe und das war wichtig für mich. Und dass das dann irgendwann, ich glaube, das wusstet ihr auch, das wusste Werder, das wusste ich, irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, vielleicht war dann für mich das ein bisschen, war ich ein bisschen zu ungeduldig und ich wollte es früher haben. Ich habe gestaunt, also ich war mir ziemlich sicher, dass ich nichts habe. Ich habe sogar an dem Morgen von dem Test sogar noch einen Lauf gemacht morgens um 6 Uhr, weil ich noch so ein bisschen früher wach war, wegen meiner Kleinen. Und bin sogar noch laufen gegangen, weil ich mich gut gefühlt habe. Ich war eigentlich sicher, dass ich gleich mit nach Spanien fliege, dementsprechend total enttäuscht gewesen, war auch wirklich ein bisschen sauer, dass das jetzt so gekommen ist. Aber wenn man im Nachhinein das Ganze so betrachtet, war es eigentlich wahrscheinlich der perfekte Moment für mich, weil ich so nichts verpasst habe. Es gibt ja, glaube ich, zwei Arten von Quarantäne. Die eine ist die, dass man wirklich krank ist und man einfach hofft, dass das so schnell wie möglich sich bessert. Und danach dann, glaube ich, auch ein bisschen ruhigeren Verlauf haben sollte oder ein bisschen langsamer daran gehen sollte, wie man wieder ins Training einsteigt. Und ich hatte so ein bisschen einen anderen Fall. Und zwar habe ich eigentlich gar nichts gespürt. Mir ging es wirklich gut. Ich konnte zu Hause meine Workouts machen, habe versucht, mich so gut es geht halt auch fit zu halten. Und dann war es halt immer nur diese Situation, dass man gehofft hat, eigentlich geht es einem gut. Wann darf ich wieder raus? Reicht es bis zum ersten Spiel? Habe ich genug Trainingseinheiten vorher? Das war so der Druck, den ich so ein bisschen hatte, wo ich so ein bisschen das Problem hatte, einfach diese Situation einzuschätzen und nicht zu wissen, wohin es geht damit. Und wenn ich wieder rauskomme, wird alles gut sein. Sind die Blutwerte gut? Ist das EKG gut? Ich habe ein paar Geräte zu Hause, die man auch intensiv und intervallmäßig, wo die Pumpe ein bisschen angetrieben wird, betreiben kann. Aber ansonsten habe ich viel so Körpergewichtsübungen gemacht, was ich sowieso viel mache. Liegestütz, Klimmzüge, Bauchübungen, Rumpfübungen. Aber so dieses Fußballspezifische war unmöglich. Also das kann man ja auch nichts machen. Und das ist halt auch ein Unterschied, ob du einfach dich in den Garten stellst und den Ball hochheizt oder ob du es dann zwei Wochen später unter höchstem Tempo machst, einen Ball mitnehmen, in einer vollen Bewegung, im Vollsprint. Deswegen, das kann man nicht imitieren. Und dementsprechend habe ich es auch gar nicht versucht. Ja, es ist so, dass wir uns einfach fußballerisch sehr gut verstehen. Ich schätze an seinem Spiel, dass er einfach immer diesen Blick erstmal nach vorne hat. Das ist, glaube ich, so eine Stürmersache, dass man vielleicht auch mal ein, zwei Bälle, die sinnlos sind, nach vorne spielt. Aber man immer erstmal den Blick hat, nach vorne zu schauen, den nächsten Mann vorne zu sehen und nicht einen Rückpass zu spielen. Das finde ich immer gut. Dadurch versuche ich auch immer irgendwie in Position zu sein, wenn er den Ball bekommt, weil ich weiß, okay, jetzt könnte der Ball auch wirklich kommen. Wir nehmen beide nicht nur, sondern wir geben auch gerne. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Weil wenn man immer nur als Stürmer nehmen will, dann funktioniert das nicht. In der Mannschaft müsste man geben und nehmen, wie überall im Leben eigentlich. Und ich glaube, dass es dadurch ganz gut funktioniert. Jeder hat seine Sachen, wo er dann vielleicht mal ein bisschen zurückstecken muss oder mal mehr machen muss für den anderen oder so. Und da sind wir uns beide nicht zu schade für. Und ich bin da sehr froh drüber, dass das so gut funktioniert und bin ihm da auch sehr dankbar, dass er da auch das so mit mir angegangen ist. Weil das nicht immer, glaube ich, bei vielen Vereinen funktioniert mit zwei Stürmern, die dann auch beide selbstbewusst sind und auch einen gewissen Status haben. Ich schätze das auch sehr an ihm, dass er sehr ehrlich ist und das direkt rausspricht, was er denkt. Ich glaube, dass ich auch so ein Typ bin und da kein Blatt vor den Mund nehme und dass wir aber auch beide gut damit umgehen können. Und dementsprechend haben wir uns das ein oder andere Mal schon ehrlich was gesagt, wo wir das Empfinden hatten, dass das oder das vielleicht nicht so passt oder dass das oder das vielleicht nicht so gut gerade rüber kam. Aber wir sind da auch dann, glaube ich, erwachsen mit umgegangen. Es ist einfach für einen Stürmer schön, einen Partner zu haben. Man weiß, also ich glaube, wenn man sich die ganz viele unserer Tore anschaut, wo wir beteiligt waren, dass das vielleicht ohne einen Doppelsturm gar nicht zu so einer Situation gekommen wäre, weil einfach nicht jemand anders so offensiv steht, wie wenn es zwei Stürmer sind. Also die Positionierung meine ich. Aber wie gesagt, da gehört auch immer viel drumherum zu. Da gehören im Moment sehr gute Achter zu, die das sehr gut spielen bei uns. Da gehören Außenverteidiger zu, die wahnsinnig offensiv das Ganze interpretieren im Moment, was uns natürlich sehr zugute kommt. Und da gehören aber auch Innenverteidiger zu, die einfach den Ball nach vorne spielen. Zwar war es schon auffällig, dass wenn ich in meinen Karrierestationen die einzige Spitze war, sehr wenig Vorlagen hatte. Aber das letzte Mal, wo ich auch einige Vorlagen hatte, war bei Hannover 96 mit Martin Harnik. Wo ich auch meiner Meinung nach auch ein ähnlicher Spielertyp wie Marvin. Beide sehr, sehr großen Instinkt für eine gute Situation, einen sehr guten Abschluss. Und da war das auch so. Und daran sieht man vielleicht auch, dass mir das manchmal ganz gut tut, einfach einen Sturmpartner zu haben. Und gerade bei Duxi, der natürlich dann auch viele Dinge einfach, die ich ihm vorgelegt habe, auch verwandelt hat. Aber ich habe da schon auch Spaß dran. Also es ist schon so, dass ich mich daran sehr erfreuen kann, wenn ich dann im Nachhinein sehe, da habe ich einen Assist bekommen, da habe ich einen Assist bekommen. Es geht mir nicht immer nur um die Tore, das ist auch schön für mich. Aber die Assists, die weiß ich auch sehr zu schätzen und da freue ich mich auch sehr drüber. Ich glaube, die Hierarchie wurde auch so ein bisschen dann natürlich mit dem Mannschaftsrat vorgegeben, weil die Mannschaft den gewählt hat. Und da bin ich drin. Also ich sehe mich da schon eher weiter oben in der Hierarchie. Aber das war, glaube ich, nicht die ganze Saison so. Ich glaube, das hat sich jetzt so ein bisschen entwickelt. Es war für mich damals auch als junger Spieler sehr wichtig, dass ich wusste, ich bin in der Hierarchie vielleicht eher derjenige, der mehr zuhört, als mehr redet.